Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Veronika Gerritzen und wir machen heute ein Brust-Workout zusammen. Es wird ein sehr, sehr leichtes Workout, also für Anfänger bestens geeignet. Wenn du meine Videos verfolgst und meine Workouts schon kennst, dann wirst du wissen, dass ich meine Workouts sonst nicht so langsam mache, sondern etwas schneller, mit einem schnelleren Tempo und vielen Wiederholungen. Heute wird es aber ein einfaches Workout mit etwas weniger Wiederholungen und langsamer. Wofür ist das Brust-Workout für die Frau wichtig? Natürlich für den Push-Up-Effekt und um insgesamt die Brust zu strafen. Was brauchst du dafür? Du brauchst dafür eine Yogamatte oder ein dickes Handtuch, einen Gym-Ball optimalerweise, zwei Kurzhandeln. Du kannst aber auch eine kleine Wasserflasche dafür nehmen stattdessen und etwas, was du zwischen deinen Armen führst. Ich nehme hier dieses Brett. Das brauchen wir auch für die erste Übung schon, also Gewichtsscheibe wäre optimal. Du bist optimalerweise auch schon aufgewärmt. Es wäre schon sensationell. Du nimmst jetzt also dieses Brett oder die Gewichtsscheibe oder irgendwas, was du zu Hause gefunden hast, zwischen die Hände und presst es wirklich so richtig schön, ja, hier die Hände zusammen. Beine hüftbreit oder schulterbreit und jetzt führen wir das Brett nach vorne und zurück. Genau, und hier immer schön Druck halten an der Brust und nochmal. Also schön langsam. Das ist ein Anfänger-Workout, jeder soll mitkommen und leicht in die Knie gehen. Insgesamt zehnmal wäre gut, das ist jetzt das fünfte Mal. Noch fünf. Ellbogen nach außen bringen. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Hier auch nochmal, wenn du außen bist, ja, auch schön pressen, wenn du da vorne bist und zurück. So, das war die erste Übung. Machen wir mit der nächsten Übung weiter. Dafür brauchen wir den Gymball und zwei Kurzhanteln. Und jetzt setzen wir uns hier schön drauf. Und mit dem Rücken auf den Gymball rollen. Arme nach oben und jetzt die Ellbogen nach außen. Und jetzt immer nach oben und zurück. Okay, los geht's zusammen. Langsam machen wir es ja. Da muss ich mich immer daran erinnern, weil ich ja sonst immer schneller mache. Aber wir wollen ja, dass jeder mitkommt. So. Sieben haben wir schon. Wirklich hier über der Brust, ne, bleiben. Ellbogen schon auswärts und ruhig ein bisschen weiter hier mit den Armen. Nicht nur bis hier, ja, sondern wirklich bis hier runter. Ausatmen, wenn du mit den Armen nach oben gehst. Noch fünf. Vier. Vier. Drei. Und durchhalten. Zwei. Und eins. Kurz hier oben halten. Und zurück. Das war schon die zweite Übung. Also. Das können wir wieder weglegen. Jetzt kommt eine Übung. Ich weiß, die ist sehr geheimnisvoll. Hast von Frauen. Aber eine sehr, sehr effektive Brustmuskelübung, weil sie eben auch mit dem eigenen Körpergewicht gemacht werden kann. Und du kannst es überall machen, ja. Wir werden jetzt, ja, du weißt es wahrscheinlich schon, Liegestütze machen. Aber in Diamond-Form. Das heißt, du hast die Hände so vor dir. Ellbogen schauen nach außen. Und wir werden jetzt so Liegestütze machen. Wenn dir das zu schwer ist, dann kannst du die auch in klein machen. Das heißt, erhöht, dann ist es einfacher. Das heißt, du nimmst dir einen Stuhl oder sonst irgendwas. Couch. Und machst die dann hier. Optimalerweise irgendwas, was dich nicht behindert. Also dieser Stuhl ist jetzt nicht optimal, aber es geht eigentlich auch. Ja. Wenn dir das zu schwer ist. Also, wir machen jetzt wirklich so viele, wie du kannst. Probier mal fünf zu schaffen. Okay. Okay. Alles gerade. Los geht's. Eins. Und wirklich schön richtig tief. Mit der Brust. Zwei. Komm, mindestens drei schaffst du. Drei. Zwei. Wäre noch super. Dann bist du echt spitze. Noch ein. Und. Okay. Okay. Also, das waren jetzt fünf Stück. Das haben wir eigentlich nicht zu viel verlangt. Für den Anfang so zwei, drei sind schon richtig cool. Und immer weiter steigern von Mal zu Mal wäre natürlich optimal. Kommen wir zur letzten Übung. Dafür brauchen wir nochmal die Kurzhanteln. Zack, zack. Und jetzt einen breiten Stand einnehmen. Kurzhanteln vor dich. Und jetzt drehen wir die Hände immer so aus. Und gehen nach links. Und nach rechts. Und drehen dabei die Arme immer auf und zu. Chest fly, ja. Und wenn es geht, wirklich immer schön ganz hier vorne die Ellbogen zusammen, ja. Schön langsam, damit jeder mitkommt. Und Ellbogen, ja, auf der Höhe, ja, so kurz über der Brust oder Brusthöhe, Schultern runter. Das wäre super. So nicht hier so. Ja, das ist nicht so schön. Und sorgt auch für einen steifen Nacken. Und für Verspannungen in dem ganzen Bereich. Und das wollen wir ja eh nicht. Haben wir sowieso von der Büroarbeit genug. So. So langsam werden die Arme schon ein bisschen schwerer wahrscheinlich. Aber durchhalten wäre super. Also, wir machen das gemeinsam zu Ende. Also, schön dranbleiben. So, noch zwei. Eins. Noch einen. Und ablegen. So. Fertig sind wir mit dem Anfänger. Brust-Workout. Gib mir einen Daumen hoch. Ich fand es auch cool, ein Brust-Workout zu machen. Und wenn dir das viel zu einfach war, dann kannst du deutlich mehr Wiederholungen machen. Ja, dann machst du nicht nur 10 wie wir gerade hier bei dem Workout, sondern 20 bis 25. Oder erhöhst auch das Tempo. Das kannst du auch sehr, sehr gerne machen. Ja, schreib mir gerne Feedback unter diesem Video, wie du das Workout fandst. Ob du gut mitgekommen bist oder nicht so. Gerade wenn du Anfänger bist, möchte ich gerne wissen, ob das vom Level her okay war oder nicht. Wie gesagt, Daumen hoch, wenn du auch Workouts gerne machst. Und weitere Workouts und Kurse zum Abnehmen findest du bei mir auf der Webseite veronikagerritzen.de. Der Link ist auch in der Videobeschreibung unter diesem Video in der Infobox. Also, ich sehe dich im nächsten Video. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao!